Es ist Verfallsfreitag und das vor einem langen Wochenende am Montag ist in Amerika Feiertag, also ein doppeltes Bekenntnis, ob man die Position halten möchte übers Wochenende oder nicht. Es gibt also mehrere Gründe, die dafür sprechen, so hört man zumindest Land auf Land unter, hätte ich fast gesagt, Land auf Land ab, dass es gute Gründe dafür gibt, dass der Markt heute noch ein bisschen nach oben kommt. Ein bisschen nach oben ist das Stichwort. Was wird es denn? Können wir wirklich mit richtig starken Märkten heute rechnen? Und ist das vielleicht ein Ansatzpunkt davon auszugehen, dass der Markt jetzt endlich seinen Boden gefunden hat und dass es weiter nach oben geht? Das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam angucken. Ja, schauen wir uns an, was die Märkte aktuell machen. Und zwar der Dow Jones beispielsweise hier im 5-Minuten-Chart YM, das ist der Future-Kontrakt da drauf. Er hat ausgehend von dem Tief, was wir hier hatten, vor, was war das, 16. Abend, ist er nach oben unterwegs. Also alles, was wir seit diesem Punkt haben, ist eine Aufwärtsbewegung. Das heißt, bis hierhin oder auch zu den Hochs, die wir hier zwischendurch hatten, ist es eine Aufwärtsbewegung. Also ist es doch ganz gut. Hm, ist das jetzt bahnbrechend dafür, dass der Markt weiter steigen wird? Können wir davon ausgehen, dass wir heute im Laufe des Nachmittags und vor allen Dingen dann ja auch in der nächsten Woche mit weiter höheren Notierungen rechnen können, ja oder nein? Und dafür müssten wir uns einfach mal den Bewegungsapparat hier angucken. Schaut euch das mal an. Ist das etwas, was überzeugend aussieht? Überzeugend ist etwas, was stark in eine Richtung geht. Theoretisch war das hier relativ überzeugend, was wir hier im 4-Stunden-Chart sehen. Das lässt eigentlich vermuten, dass das eine starke Aufwärtsbewegung ist und jetzt ist das Entscheidende, wenn anschließend etwas Schwaches als Gegenbewegung kommt und der Kurs nach oben das Ganze wieder verlässt, also quasi diese Korrekturphase, die wir hier so halbwegs zur Seite hatten, wenn ihr die nach oben verlassen hättet, dann wären die Voraussetzungen gut gewesen für nach oben. Warum zeige ich euch immer wieder das alte Bild? Ich hatte letztens in einem der Kommentare gesehen, ja im Nachhinein kann man immer, ja ich zeige euch die alten Bilder ja nur, damit ihr eure Augen sensibilisiert, damit ihr ungefähr wisst, wie sowas aussieht in der Vergangenheit, damit ihr jetzt wisst, nach was ihr gucken solltet und suchen solltet in der Gegenwart. Wenn ich nämlich jetzt hier zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, ich mache es mal groß, das war ebenfalls ein Wunsch von euch, wenn ich das im 5-Minuten-Chart angucke, ist die letzte starke Bewegung eine Abwärtsbewegung und diese Aufwärtsbewegung ist abermals korrektiv. Das heißt, wir haben eigentlich die starke Richtung abwärts, die schwache Richtung nach oben und ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet, wenn wir jetzt eben diesen Zyklus, diesen Rhythmus hier jetzt nach unten verlassen, dass wir eigentlich mit so einer starken Fortsetzung weiterhin rechnen müssen. Also nichts von wegen Gewinnmitnahmen für die Shorties vor dem Wochenende, nichts mit, naja, zum Verfallstag, da wollen die ihre Position Richtung Open Interest auflösen. Sieht tatsächlich aktuell nicht so aus, als ob die Bullen auch nur annäherungsweise hier Stärke zeigen können und das ist eigentlich ein deutliches Zeichen für die Abwärtsseite. Ganz kurz, der Exkurs hier in den 5-Minuten-Chart, da hätte man doch sagen können, Mensch, das ist doch ein klasse Anstieg. Tatsächlich, wenn ich sowas sehe, ich gehe mal in der Zeit zurück, dann bin ich zumindest hier in diesem kleinen, in diesem ganz kurzfristigen Chart, bin ich long gedanklich eingerichtet. Und wenn der Kurs hier als nächstes wackelig runterkommt, dann bin ich definitiv gewillt, auf die Long-Seite nochmal zu gehen, denn dann ist das klar die schwächere Seite gegenüber dieser Geschichte und dann bleibe ich long. So, was hat der Markt aber stattdessen tatsächlich gemacht? Er ist steil runter. Das heißt, keine Chance hier für die Long-Seite. Das heißt, alle Indizien, die jetzt hier so für long sprechen, das oder dass es generell eine Aufwärtsbewegung ist, mit den vielen überschneidenden Gegenbewegungen, die wir jetzt hier hatten, in der Bewegung, das hat nicht den Eindruck, dass Bullish eine echte Option ist. Aus meiner Sicht ist das nicht das, was man hier erwarten kann aktuell. Im Gegenteil, meine Erwartungshaltung ist, dass wir nach wie vor und auch jetzt noch die letzten Stunden vom Wochenende vorläufig eher die Abwärtsseite fahren. Wir hatten das gestern und vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, hier seht ihr, das sind alles alte Beispiele. Ich will euch mit den alten Beispielen jetzt nicht sagen, ja hier, guck mal, das klappt jetzt immer. Aber wenn ihr sowas seht, ich muss das ja eine Nummer größer machen, wenn ihr seht, dass wir stark in der Abwärtsseite sind und dann hier das, was ich hier gezeichnet habe, das ist das hier. Das ist ein ganz klar wackeliger Anstieg in einem starken Abwärtstrend. Das sind keine Kaufsituationen. Und so sehr ich mir das Wohlwollen für die Bullen oder für die Longhändler oder die, die sich steigende Märkte wünschen, so sehr ich da mit euch gehen würde, der Markt zeigt es aktuell nicht. Die Marktteilnehmer sind nicht bereit, aktuell die Longen-Seite in irgendeiner Form mit irgendwas Tollem zu spielen. Und die bullische Seite ist schwach, die bärische Seite ist aber nach wie vor nicht so schwach, sondern hat immer noch die Stärke nach unten. Also kein Grund, das Ganze super positiv im Moment aufzufassen. Das Gleiche gilt übrigens für den S&P 500 auch. Ihr seht, dass wir auch hier in der Aufwärtsbewegung sind. Das ist auch nichts Untypisches, die darf auch noch ein bisschen weiter gehen. Denkt mal dran, hier einfach so ein Trendkanal. Ja, von mir aus geht er auch noch mal da hoch. Aber all das, was ihr hier seht, sieht nicht überzeugend aus aus bullischer Sicht, sondern höchstens wie so ein Interimsanstieg mit Erwartungshaltung, dass es anschließend noch mal nach unten geht. Halte ich zumindest aktuell für die bessere Variante. So, da seht ihr, dass es beim Nasdaq nochmal genauso ist. Das klingt, ich müssen wir da nicht nochmal breittreten. Ich mache es nochmal einmal groß hier, damit ihr es sehen könnt. Aber es geht gar nicht um die exakten Marken hier. Ich meine, das ist ja relativ augenfällig, macht hier so einen Trendkanal. Diese Linien sind nicht, weil ich das häufig auch sehe, mir tut das immer so weh, wenn ich das höre. Ja, da wird hier eine Linie und dann soll der Kurs da drehen. Ich habe keine Ahnung, ob der Kurs da dreht. Das ist ganz wichtig. Die Charttechniker sind nicht in der Lage, die Zukunft zu sehen. Die Charttechniker sind aber in der Lage zu erkennen, was die stärkere und was die schwächere Richtung ist und ihre Trades entsprechend zu gestalten. Das ist das. Viele wünschen sich oder sagen sich, ja daraus willst du jetzt sagen, was der Kurs als nächstes macht? Nö, das kann ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber das motiviert mich nicht zu kaufen. Ja, das ist so ungefähr, ich gehe in den Autohandel und dann sagt mir der Verkäufer schon, also sie wollen also unsere ollen Dinger hier kaufen. Ja, wir sind ja auch immer relativ bemüht, wir haben jetzt einen neuen Lehrling in der Werkstatt, der sich darum kümmert, dass die einigermaßen, ich weiß nicht, seid ihr dann, wenn ihr so einen Approach kriegt, sagt ihr dann, oh geil, ich bin total überzeugt, kaufen ist die richtige Wahl. Natürlich kann es trotzdem gut gehen, aber da wärt ihr auch der Meinung wohl, ich gehe nochmal zum Nachbarn, vielleicht hat der einen besseren, also einen Wettbewerber, vielleicht hat der nochmal ein besseres Angebot. Und das, was die Marktteilnehmer hier ganz klar sagen, ist, hör uns bloß auf mit kaufen. Ja, aber wenn die anderen keinen Bock haben zu kaufen, und wir sehen ja, dass die Laune für kaufen übersichtlich stark ist, wenn die anderen schon keinen Bock haben, warum soll ich dann kaufen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Klar, wenn jetzt nachher irgendeine Nachricht kommt, kann der Kurs hier hingehen. Das wäre, aber da komme ich gleich dazu, wie wir das noch handhaben als Händler. Das kann ich aber nicht an dem Chart hier, ich sehe die Laune nicht, dass das hier passiert. Dafür müsste schon irgendeine sehr wichtige Nachricht kommen, die positiv aufgenommen wird. So, und wie geht man da jetzt um? Jetzt hast du gesagt, du kannst die Zukunft nicht vorher sehen, aber wie gestaltet man so einen Trade? Die letzte Bewegung, die wir hier haben, ist stark abwärts. Das heißt, meine Orientierung, im Fünf-Minuten-Chart wohlgemerkt, aber machen wir uns nichts vor, im Übergeordneten hier ja genauso. Ja, und im Vier-Stunden- und was weiß ich was, Tagesebene. Das heißt, bleiben wir mal hier im Fünf-Minuten-Chart für alle, die, die heute Intraday noch mal was machen wollen vor dem Wochenende. Die letzte Bewegung ist stark abwärts. Wenn jetzt der Markt wackelig nach oben kommt, ich weiß, wackelig, das klingt total unprofessionell, weil es kein Fachausdruck ist. Ich kann auch sagen, korrektiv, und ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Wenn der Markt korrektiv nach oben kommt, A, B, C zum Beispiel ist korrektiv, oder irgendwie was, was einfach mehrfach hin und her läuft, aber Kursüberschneidungen hat. Das heißt, diese Gegenbewegungen sind kursüberschneidend. Dann kann ich unterscheiden, die Seite ist aufwärts, aber schwach, die Seite ist abwärts, aber stark. Dann weiß ich, was meine favorisierte Richtung ist. Und dann kann ich entsprechend am letzten Zwischentief, beispielsweise nur eine Variante, oder wenn es eben nur so eine A, B, C-Variante ist, da an dem letzten Zwischentief, meinen Short-Trigger machen, um dann nochmal in die starke Richtung zu gehen, weil es die vernünftigere Entscheidung ist. Ich kann, und das will ich mit diesen Videos auch gar nicht nahe legen, ich kann nicht vorhersagen, dass das passiert. Es ist aber die rational sinnvollere Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs, wenn er eine starke Richtung hat, so ähnlich wie das, was wir hier, und eine schwache Richtung, dass sich die starke nochmal fortsetzt. Und es geht auch in die andere Richtung. Wenn diese stärker ist als diese, dass es wohl erst nochmal in diese Richtung weitergeht. Grob Orientierung ist, das, was ihr hier habt, da nochmal. Das, was ihr hier habt, wackele ich da nochmal. Und schon seid ihr für Intraday-Trades schon mal nicht so schlecht aufgestellt. Und auch wenn ihr jetzt sagt, naja, aber ich will ja gar nicht unbedingt Intraday handeln, das ist natürlich eine gute Basis, soll ich jetzt hier auf dieser Basis kaufen, wenn die kurzfristigen alle keinen Bock haben, offensichtlich keinen Bock haben. Klingt nicht plausibel. So. Wann haben sie doch Bock? Stellt euch vor, diese berühmt-berüchtigte Nachricht kommt nachher und schickt den Kurs so hoch. Und damit sogar auch über diese Trend-Kanal hinaus. Hier ist ein Angebot für einen Dreh, wenn die Marktteilnehmer das nicht nutzen. Das ist ein positives Zeichen. Das zeigt, dass die Leute Lust haben. Dann habt ihr die Möglichkeit, jede schwache Abwärtsbewegung wieder mitzunehmen. Ich weiß, viele wünschen sich, ich will aber doch den hier handeln. Ich will doch den nicht verpassen. Ja, wünschen geht immer. Aber wenn ich doch den wenigstens kriegen kann, dann nehme ich doch wenigstens den. Wenn ich unterscheiden kann, welches die starke und die schwache Seite ist. Gucken wir nochmal auf den DAX. Auch der DAX ist im Moment alles andere. Gehen wir auf den DAX Future. Hier ist alles andere als eine Stimmungskanone. Ja, es ist aufwärts. Ja, es ist stark abwärts. Wir sind überschneidend hier. Entweder geht er direkt runter, dann wäre das hier nochmal ein Trigger. Ach, ich mache es nochmal groß, sorry. Ich mache es nochmal eine Nummer. Ich mache es nochmal von vorne hier. Starke Bewegungsrichtung hier. A, B, C, diese Richtung. Das Tief hier, 17. Juni vormittags. Hier heute. Wäre ein möglicher Trigger für die Fortsetzung. Solange der Kurs oberhalb bleibt, naja, alles erstmal okay. Aber wenn er da durchgeht, das war die starke Bewegungsrichtung. Und es gibt keinen Grund, warum der Kurs dann nicht auch nochmal das deutlich fortsetzt. Wie weit auch immer. Groborientierung erstmal das. Allerdings hängt immer noch ein bisschen davon ab, ist es die erste Abwärtsbewegung? Nee, ist es in dem Fall nicht. Der Kurs läuft ja schon länger runter. Dann ist das mit der Zielbestimmung immer ein bisschen schwieriger. Aber Zielbestimmung ist das eine. Wenn ich weiß, welche Richtung ich mich orientiere, dann habe ich zumindest schon mal einen Plan und kann, wenn es läuft, meinen Einstiegsstopp irgendwann mal auch schnell nachziehen und sagen, jetzt liegt er auf dem Einstieg. Ab jetzt kann nichts mehr passieren. Break-Even-Stop ist das Stichwort. So, für all diejenigen, die übergeordnet, ich werde am Montag, Montag ist Feiertag in Amerika, da werde ich ja ein Update nochmal machen zu den verschiedenen Märkten. Aber schon mal jetzt zum Durchdenken. Wir sind an der 78er-Marke. Das ist ein Angebot für den Dreh. Keine Garantie, dass der Kurs dreht. Ein Angebot. Im Moment zeigen die Marktteilnehmer keinen Bock für dieses Angebot. Die 78er, wer es nicht lesen kann, 12.960 ungefähr. Also, ein Angebot für den Dreh. Keine Garantie, dass an solchen Marken gedreht wird. Das passt zwar häufig hier, da, da. Warum nicht hier auch? Aber dann will ich auch sehen, dass die Marktteilnehmer einen Bock haben, dass sie mit Power dann nach oben gehen und der fehlt. Also, die fehlt, die Power. Also, insofern, all das, was die Marktteilnehmer im Moment zeigen, Gewinnmitnahmen hin oder her und nochmal eine Rallye vor dem Wochenende hin oder her, Verfallstag, Sondereffekt hin oder her. Ich sehe nicht, dass irgendeiner der Aktionärshändler, sowohl in Amerika als auch in Deutschland, sagt, Ja, jetzt wird gekauft. So sieht das nicht aus. Also, insofern, Abwärtsrichtung scheint weiterhin vorläufig die bessere zu sein. Das ist ja nicht gleich gesagt, dass der Kurs jetzt noch kilometerweit nach unten fällt. Aber aktuell ist Kaufen keine echte Option. Wie ich finde, zumindest mal. Ich mag natürlich völlig falsch liegen. Tipp oder Hinweis, Tipp weiß ich gar nicht, aber Hinweis, was wir hier machen, ist keine Garantie, was als nächstes passiert. Es hilft uns aber, auf der besseren Seite zu liegen. Und wie schön ist das, wenn wir irgendwo eine Entscheidung fällen und wissen, wir sind auf der statistisch sinnvolleren oder sichereren Seite als auf der falschen. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen Klarheit gibt. Ich sehe das immer wieder an den Kommentaren, dass das einige nicht verstehen, was ich sage. Ich muss da offensichtlich noch das besser erklären. Aber gebt mir gerne Feedback, auch als kleines Feedback, ob es überhaupt verständlich ist, was wir hier machen oder ob ihr sagt, das verstehe ich alles noch nicht so richtig. Dann kann ich dann natürlich gerne versuchen, da noch mehr Rücksicht drauf zu nehmen. Euch erstmal alles Gute. Liebe Grüße. Ein wunderbares Wochenende. Vorher nochmal viel Erfolg an der Börse, in welche Richtung ihr auch immer unterwegs seid. Es möge die richtige sein. Euch alles Gute und liebe Grüße.